Verehrte Arm und Abwesende, der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grünwelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Wir denken besonders auf Lieben, der in der elektrischen Ventilröhre ein unvergleichliches Spürorgan für elektrische Schwingungen erdachte, das sich zugleich als ideal einfaches Instrument durch Erzeugung elektrischer Schwingungen herausstellt. Gedenke dankbar des Heeres namenloser Techniker, welche die Instrumente des Radioverkehrs so vereinfachen und der Massenfabrikation anpassen, dass sie jedermann zugänglich geworden sind. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendlicher Form und in der Hauptzeit von der liebeswürdigen Seite. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszufinden, dass so leicht die Misstrauen und Feindeligkeiten entstehen. Betrachtet in dieser Gesellung die Ergebnisse geschaffen, welche diese Ausstellung den staunenden Sinnen des Besuchers darbietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017